Hallo YouTube! Herzlich Willkommen zu einem weiteren Pfad von Baldur's Gate, da habt ihr mir ins Wort. Und ja, ich weiß, dass ihr da seid. Überzeugen. Lass mich vorbei, dann tun wir so als sei das nie geschehen. Ah, ich mach bis dahin noch einen Bonus hinzu. Ja, erneut waffeln. Okay. 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 Tell me, Gail, was ist Ihr Interest in the Astral Plane? Time. Or rather, the absence of it. In the Astral Plane, everything is eternal. It will be my home soon enough. Should've lacketh, will it? Oh, ich hab mich da nicht so. Okay. 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 Gegengift. Mitnehmen. Und Stickster. Was ist denn das Grüne da? Ich kann es eigentlich nehmen. Ich kann es eigentlich nehmen. Okay. 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 I prefer'd her abduration. Over acrobatic. Oh, du gehst nicht hier. Absolute. Du Gehen lieber weiter. Sorry, dass ich euch unterbrochen habe. Was? Okay. Was haben die hier gemacht? Eine Brauerei? Das haben wir nicht. Das ist ein Hebel. Das wird gruselig. Unzufass. Gegengift und Heidrun. Was? Was? Bogen schießen? Was soll die Bogen schießen? Was soll das denn? Was ist denn hier hin? Aufheben. Wo sind wir hier? Wir wollen doch eigentlich... Nein. Bild gespeichert? Okay. Automatisches Speichern? Was? Sehr, gell? Abi, Azud und andere Gütter. Azud, die Magier lenkt, die lernen ihr Leben lang. Ihre Zauber er ihnen schenkt, doch zum Mystra führt ihr Drang. Banne der Tyrann die schwarze Hand, nährt der starken und grausamen Macht. Verbreitet Dunkelheit im Land, bis alles wird zur finstere Nacht. Beschaber, erzöhnt, wer nicht spurt, wer nicht spricht ihr Gebet von Thymora, getrennt bei Geburt, für Pech und Unglück sie steht. Ertaufen. Oh. Überrascht. Mein Zug. Das war jetzt... Okay, geht's hin. Und du machst natürlich eine Krallenschabe. Achso. Ja, den. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ähm, ich muss erstmal wieder reinkommen. Äh, zu kommen. Come on, come stay idle. Oh. Mein Süßer, was kannst du denn? Lupus, Nabiss, Nabiss. Der kann nicht. Okay. Kannst du springen? Kann auch nicht. Okay, dann. Was war das noch? Zeichen des Jägens. Und. Okay. 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 Und du machst jetzt hier zum Bersen Okay. A tale for the ages. Toh. With ease. Done. Was kannst du denn? Ja, er kann kein Zeug. Und du? Vellables. Dann mach ich Hast du Schlag und hast du Hohen Du musst einfach Doppel Schlag auf ihn hier Besser Spott Dornenpeitsch Kann ich nicht Du kannst ja doch n Quatsch nicht nehmen hier Dann mach doch Besporenen Schlag bei ihm hier Und du Okay 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 Was hab ich gemacht? Beute von Zeichen des Jägers? Ich hab keine Ahnung was hab ich für den Scheiß gemacht Markiere eine Kreatur als Beute Ja Ich dachte das wär wie so Okay Okay So Was war's mit dem Sprung hier Okay Okay Mach jetzt was Mach jetzt was Ach geschafft Also Moment Nein Ich muss Nein Ich Boah Was ist los Hier Ähm Ihm Ihm Auch Ihm was anders anziehen Salutations Er kann damit kein Zauern Oh nein. Ausrüsten. Wieso? aber wieso das bedürfnis ja super aber wieso zieht das nicht an ich habe keine ahnung warum das jetzt nicht anzieht ja okay charmed i'm sure das ist im lager oder wie ok dann müssen wir erst mal zum lager zurück und der seine klamotten geben klamotten ok ich will mit niemandem reden ich lasse auf, danke geht es jetzt hier weiter oder war es das hier ja da geht es ziemlich tief unter ein Wämmchen von da sind wir gekommen das hier da gibt es ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht Äh, ist der beste Zulkir aller Zeiten, Sastam ist böse und abschleischer. Ja, in der Wildnis habe ich damit Wunden geheilt. Ich will die sehen, die ich liebe. Ich will nach einem Zauber suchen, der mich von diesem Wurm befragt. Ich will meine feine Leiden sehen. Ja. Bevor wir das machen. Lager. Ich muss Gell sein Gewand wiedergeben. Geil kann, kann nur, sein Gewand so. Du hast meine Augen. Ich bin auf der Barfuß. Okay. Ähm. Okay. Hört das wieder an. Gut. Dann Kommen wir ja jetzt rum. Du hast ... ... Will jemand was von mir? Nein, darf ich schlafen. Okay. 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 Ich habe das letzte Mal getötet. Diese Woche, gestern. Ich habe niemals zu einem. Ich habe niemals zu einem. Na, nicht zu einem Essen. Ich schlafen auf Tiere, Boer, Deer, Kobold. Was ich empfiehe. Aber das ist nicht genug. Nicht wenn ich mich so kämpfere. Ich fühle mich so... ...weak. ... 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 Das ist ein bisschen schön, dass er da uns, ja, ihr habt euch von Tieren ernährt, weil ihr dazu gezwungen wart, nicht weil ihr es wolltet. Nein, auf jeden Fall wäre ich nicht, ich mag ihn, auch wenn andere, ich habe gehört, viele mögen ihn nicht, wegen seiner Art, aber ich mag ihn irgendwie. Und ich habe schon vorher gedacht, irgendwie die roten Augen, es hat mich, Skarim, die Vampire haben auch rote Augen, doch ich glaube euch. Danke. Do you think you could trust me just a little further? I only need a taste, I swear. Really? Yeah. Oh, of course. Not one drop more. Let's make ourselves comfortable, shall we? It's like a shard of ice into your neck, a quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. You lean into him, losing yourself. You can feel your blood racing, coursing through both your bodies. A gentle numb feeling starts to spread. You feel a little cold, but that's all. There's no more pain, no more fear, no more struggle. It's all over. Ja, ich bin tot, ne? Liebe auf den ersten bis hier. Was? Was? Ich bin tot, tot? Was? In diesem Spiel ist man tot, tot? Oh, verdammt, argst. Nein. Ich will doch nicht tot, tot sein, nein. Sorry. Ich wollte nur wissen, was passiert. Aber man ist tot, tot. Echt jetzt? Ist doch blöd. Ja gut, ihr Lieben. Ich glaube, wir müssen den Kampf dann nochmal machen und durchgehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das war. Wir treffen uns am besten im Lager wieder. Ich bedanke mich erst mal fürs Zusehen. Ja, wir sind tot, tot. Ja, hätte ich nicht gedacht. Also, ich dachte, dass er vielleicht stoppen könnte, aber er hat es nicht getan. Also, das wollt ihr bestimmt nicht nochmal sehen. Ich werde das hier schnell offline machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios. Ja, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem neuen, weiteren Part von Balbusket 3. Ja, im letzten Part habe ich es ein bisschen übertrieben. Er hat mich ausgesaugt und wir waren tot, tot. Jetzt versuchen wir mal hier. Das ist genug. Oh, of course. Ja, ich freue mich darauf, euch kämpfen zu sein. Ich mag die Erzählerstimme, äh, die Stimme der Erzählerin. Es ist wirklich sehr schön, angenehme Stimme. So, alle frisch und munter. Ich muss mal... Mein Tierchen wieder... Mein Tierchen wieder... Holen... Mein Quatsch mit so was haben. Ähm... Ich nehme den Wolf. Da bist du ja wieder. Und... Noch ein Tierchen. Wir nehmen die Katze. Die Katze ist eigentlich ganz gut. Die macht gut Schaden. Wir nehmen die Katze. Ich nehme den Wolf. So. Jetzt kommen wir wieder los. Okay. Wir leuchten ein bisschen rot, wir sind wahrscheinlich blutarmen oder so. Ich dachte, jetzt gerade das Spiel hängt. Ich wollte die Kiste über Tod und Auferstehung. Das dürft ihr lesen. Alleine. Solche langen Sachen lese ich nicht vor. Müsste einfach auch Pause drücken. Anstehende Verteidigung. Sehr schön. Ich hoffe, das ist nix. Das böse Auge. Wieder etwas zu lesen. Was haben die hier gemacht? Forschungsnotizen. Tote erwecken. Misslungen. Zu lange tot. Leiche verwest. Wiederbelebung. Misslungen. Als Gute zurückkehrt. Musste wieder getötet werden. Mit Toten sprechen. Misslungen. Antwort nicht hilfreich. Klon. Misslungen. Lebendiges Gewebe benötigt. Wiederbelebung. Und Klon. Misslungen. Musste beide Gute töten. Wir sind so gut in Kölner. Wir sind so gut in Kölner. Mondhafen-Logbuch. So, dürft ihr mal lesen. Auf Pause drücken. Okay. Tja. Ähm ... ... ... ... ... ... ... ... Ne, 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 wir gehen nicht wieder raus. Alles nehmen, Stoffbeer. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment.